Das verändert alles. Der Weiterverkauf von Technologien bedeutete in der Vergangenheit, physische Produkte zu vertreiben. Heute wünschen sich Kunden jedoch mehr und mehr Cloud-Lösungen. Sie müssen Kunden bei der Anpassung und Migration helfen. Ändern Sie die Art der Vermarktung, Verkauf und Schulungen. Ändern Sie die Art Ihrer Supportleistungen und wie Sie Beziehungen managen. Verändern Sie sich mit, um das volle Geschäftspotenzial der Cloud zu erschließen. Im Sturm dieser Veränderungen brauchen Sie jemanden, der Sie unterstützt. Das ist Ingram Micro und wir stehen Ihnen dabei zur Seite. Durch die Beziehungen, die wir über die Jahre als der größte Technologie-Großhändler der Welt aufgebaut haben, waren wir in der Lage, ein erstklassiges Cloud-Portfolio aufzubauen. Und Sie sparen sich diesen Aufwand. Unser dediziertes Cloud-Team arbeitet seit 2006 an diesem Portfolio für Sie. Wir wissen, dass der Bedarf nach Cloud-Diensten sehr vielfältig ist. Deshalb haben wir ein breites Lösungsspektrum von mehr als 200 Cloud-Lösungen entwickelt, welches Sie Ihren Kunden anbieten können. Um Ihnen die Zusammenarbeit mit uns noch einfacher zu machen, haben wir ein Selbstbedienungsportal entwickelt. Mit diesem können Sie Cloud-Dienste erstellen und für Ihre Kunden bereitstellen, ohne dass Sie andere Webseiten aufrufen oder telefonieren müssen. Da Technologien Probleme nicht von allein lösen können, sind unsere Cloud Ignite Services mit Helpdesk, Migrations- und Onboarding-Dienstleistungen zur Stelle. All das ist nicht nur einfach und leistungsstark, es lohnt sich auch für Sie. Mit unserem Cloud Elevate-Programm stellen wir finanzielle Anreize für Ihr wachsendes Cloud-Geschäft bereit. Die Cloud bedeutet neue Lösungen für unseren Channel und Ingram Micro möchte Ihnen dabei helfen, neue Geschäftschancen zu eröffnen. Bieten Sie die Cloud als eine Lösung mit einem Vertrag und durch einen Partner Ihres Vertrauens an. Mehr Informationen über die Geschäftschancen für Reseller in der Cloud finden Sie unter ingrammicrocloud.de.